Hallo, Rav Tötetek hier mit einem neuen Video zum Thema Hörspiele. Und so möchte ich euch heute meine Top 3 Edgar Wallace Hörspiele vorstellen. Ja, auf meinem Platz 3 das Edgar Wallace Hörspiel der Frosch mit der Maske. Auf meinem Platz 2 das Edgar Wallace Hörspiel des Gasthaus an der Themse. Und mein Top 1 Edgar Wallace Hörspiel ist der Hexer. Sind alle bei Europa erschienen, die Hörspiele. Ja, kurzes Video, ne? Danke wieder für eure Aufmerksamkeit und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.